Hallo meine privaten meine Genossen, ich bin der Russian Wolf, willkommen zurück zu Road2, dein Pizzles, mal wieder, sogar mit Chris und Basti, die gerade irgendwelche, irgendwie abschbacken, äh, ah, anders, pfff. Du hast mich vergessen, ich bin auch noch in der Party. Ja, und der Sandro in der Party. Das ist der Sandro, der aus Luxemburg. Ich weiß, wie der heißt. Die haben da kein KFC, kein Burger King, was echt arm ist. Nicht nice. Ja, wir haben aber Buffalo Grill. Oh mein Gott. Kann sein, dass die Lobby irgendwie gebackt ist, dass wir viel zu viele T-Mails haben in so einem Team. Ist die Anzeige, wenn man Back drückt, immer so weit oben? Eigentlich nicht. Nein. Oh, was ist das denn? Oh, f***. Was ist das denn? Ich brauche Hilfe. Kriegst du nicht? Wirklich? Ich kann kein Englisch. Ich brauche Hilfe dann. Idioten vom Camper, Alter. Komm schon, Doppelabschüsse. Ja, er schießt mir sofort eine Kette ab. Bitteschön, Nick. Ich brauche Deckung, lade nach. Omo's is going up, Alter. Bitteschön, ach ich hör mal los. Ja. Ich brauche die Drohne erwartet Befehle. Was ist denn? Piss dich doch, ey! Däh. Die liegende Missgeburt, ey. Komm schon, ein paar Doppelabschüsse hier. Er ist erledigt. Boah, eine Fliegschrommel, da fährt erst wieder. War hier oben nicht noch einer? Naja. Ok, doch, da kommen welche. Hunde am müssten! Le! Drecksschwuchtel, weicht dann meinen Toiles aus, indem er still steht. Oh scheiße Todbringer Mein Gott, habe ich den überhaupt getroffen? Ich habe dich mal angefickt Ja nein, sein Abschuss Was? Verbündete World of Tanks World of Tanks ist scheiße Nee, ist es nicht Doch Sei keine Frau, Alter Jawohl So eine Scheiße Vermögenserost verloren Leck mich doch am Arsch Ja, okay Noch zwei Doppelabschüsse Und zwei Vergeltungsmedaillen Das kriegen wir ihn Aber nicht auf der Map Ja, hier wird keine Map angezeigt Wer ist vorhin kurz vor Water gestorben? Der Krieg ist Der Babo Der möchte kein Babo Der Buben Wir wollen Stress Ich habe Messer Ich wollen keinen Stress Ich wollen nur Ärger Über sein Stress Du kriegen gerne Ach ja Und du willst das wie anstellen? Äh, auf Popo hauen Jeder weiß Ich liebe aber Popo hauen Ja, also Nein, bin ich nicht Du bist hier der Schwurzel Wir gewinnen diesen Kampf Auch Rushen, Brügel Mein Gott, leckt mich doch hart am Arsch Ey, ganz ehrlich, Mann Nicht ehrlich Hashtag kein Ernst, ey Ja Was? Mein fucking Tomauk ist da Abgeprattet Tom, Alter Ach, komm schon Boah, alles nix schuld Was? Alles von nix schuld Boah, ey Ganz ehrlich Ich habe mir den scheiß A-N-Frau geschaltet Weil ich ein scheiß Schwitzer bin Du spielst ja auch manchmal Ich spiele die kaum mehr So werden Lügner Ey, komm von hinten, du Fixer Ach, du Drecksack Oh, ich bin der Babo Ey Ey Ich muss nicht ausrasten Get turned on, du Hurnsohn Oh, wo, 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 wo Da hinten Verbündete Drohne nähert sich Ich bin gefickt Du wirst immer gepfickt Ja, das war ein Doppelstubschuss, nice Ja, Tomauk Du Hurnsohn Drohne Man, das war Meider Nope War Wissen ist aber nicht Du willst mich verarschen, oder? Ja Boah, fickt er Boah, leck mich doch am Arsch, Alter Das wäre ein Doppelabschluss gewesen Aber nein So ein Hurnsohn stunt mich, ey Na, kommt da einer Da kommt einer Da kommt ein Zug Oh, sehr schnell Ja, da sind die Doppelabschlüsse Ich habe eine ACXD gekriegt Fernlenkladung einsatzbereit Hilf mir Ich spiel nicht mit euch, ey Ihr seid so behindert Welcher von euch war das jetzt? Basti Boah, ey Fick dich, Mann Beiner Boah Alter, wie konntest du den nicht treffen? Die Junge Boah Sind sie im Zug, übrigens Sind sie im Zug, übrigens Fick dich, du feinste Rob-Shotter Ich hasse dich Natürlich ist das ein Gegner, ne? War ja nicht vorhin ein grüner Pfeil da, ne? Hier Boah, du B... Okay, den muss ich jetzt killen, ey Den krieg ich jetzt auch, ey Oh, ich jetzt killte den Oh, du Affe, Alter Oh mein, okay Oh, ne Witz, ey Die sind nur am Campen Oh, ne Witz, ey Ohne Pfand Schaflütze erledigt Ich bin jetzt Pfund Boah, ey Ich werde natürlich so gespawnt, dass ich den nicht killen kann Direkt Ja, genau, ey Ohne Witz, ey Halt die Fresse, Chris Nein Nein Dieser Urduf und Capper, Alter Hör auf damit, Chris Was willst du nicht? Dann überfahre ich dich mit meinem Primera, Alter Du was gesagt? Ich habe gesagt, dann überfahre ich dich mit meinem Primera Du hast keinen Ach, hast du wohl Trich keine Angst Nicht so hart, so breit, dass nichts passieren, sondern du tot Du bist kein Volvo Kriege ich mal eine Vergeltungsmedaille hier? Ich kill hier jeden Huren so und ich kriege keine Vergeltungsmedaille So, Vergeltung So, da war ja einer Ja, ich habe ihn für dich Verbündete Vorräte unterwegs Hey, du hast ja Vorräte Jö, schon mehrmals in dem Match Blitzschlag 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 in Beine Das Ziel ist fast erfüllt, nicht aufgeben Was, wo ist denn der Oblixer? Ach komm, Alter Da unten So, Vergeltung Goll, Tech ist fertig Yeah Die Tag, die zweite Pistole schon Auf dem Weg zu ihrer Position Und? Ja 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 Der mittelter Blitzschlag steht bevor Nice Nein Kämpft, zahlt die Bezahlung Sehr nice Du nein Ja, Kris ist rausgegangen Gehen Alles klar In der nächsten Folge Ist dann weiter mit der B2 der R glaube ich Und wir sehen uns dann halt in der nächsten Folge Das war Daniel Bye, Bye Alte